geht er oft hängt das fände ich sehr gut nö flanke krasser scheiß er hat gewechselt ok er hat gewechselt korrekter typ auch für heute wahrscheinlich kommt das gegner team jetzt hier mit triple tank an jo wahrscheinlich wahrscheinlich triple tanken die also eine heiterische Runde Schalin finde ich super gehen auf fullscreen zwei hat nur der jetzt geht es doch voll los so wie es sein muss und rein da ich hätte gern getroffen weg mit dem Schild put it down zack zack öff warte mal ob was tust du denn egal aus der Luft gestalt cooler move ja du bist schon genau ich kippe können auch können auch noch mal hier und bei der einen genauer den in den engen Tunnel oder was so siehst du aus put it down auf hohen okay oh oh der ist low der ist nicht mehr low wuha ja verfolgt mich kurz der Schuss wird toll ja guck ich hab ihn sogar gestunt elegant elegant zack oh schade der wär so schön gewesen zack 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 öy kein Schild kein Schild hab ich gesagt ja mach das weg oh 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 ne dann geh ich doch weiter auf dich wenn das so ist kein Schild ich hab gesagt hier gibt's kein Schild das gilt auch für dich mein Freund nein ich hab gesagt Schild weg was ist denn hier los fuck endlich ist der weg ey ganz ehrlich wie lang kann man das bitte oh ups oh ne ich hab also absolut nichts gehört von dem ich komm mit du weißt gar nicht wie ich jetzt hier reinkomme sehr schön sehr schön sehr schön kein Schild ich hab hier schön oh jetzt muss ich raus jetzt muss ich dringend weg hier einfach damit schreien Schild weg Schild weg hab ich gesagt mein Freund nein 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 ok oh lass mich dich treffen oh super das wird doch ein sauberer halt das war kein Hit ok das war doch damage technisch jetzt nicht so schlecht das Ende das Ende ok da bin ich direkt wieder zurück das ist doch ordentlich damage oder zack ich will auch jemand laufen zack weg zack zack huuuu der war doch sauber ne ja ich weiß wir sind ja nicht willkommen aber was willst du dagegen tun also das Schild Schild geht gar nicht ok jetzt wird die FU ja weg gemacht oh oh zack zack mein Schaline aim war mal besser ja wahrscheinlich oh ha ha damit das nicht gerechnet gell das war so ein IQ move moin ich bin Torwood die sind da zu zweit da oben nein nein ah ok das müssen wir jetzt machen ich schreib mal Attack in den Chat dann wissen sie was Sache ist oder durchschießen doch kann man irgendwie kann man schon manchmal kann man es manchmal nicht ok ich helfe euch ich helfe euch diese healerin die ich töten könnte ein theoretisch ja ne die lebt noch ich dachte ich ist tot ok ihr Capture ok dann gehe ich doch ein bisschen vor hier um ein bisschen die alter was machst du denn nein genau so genau so und jetzt können wir hier schön rein und durch pushen oh aber auch nicht so doch die Liane deutlich aber ich hab glaub ganz gut ganz gut rein gut 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 Leute ich würd sagen damit beendern wir den Stream ich schau jetzt mal dass das Ding hier weg geht ey doch drauf gedrückt gut ich kann euch